In diesem Video werden die Grundlagen der elastischen und plastischen Verformung von Metallen erklärt. Unter Belastung wird ein Biegeträger elastisch verformt, solange die Belastung unterhalb der Fließgrenze ist. Das heißt, dass entweder die Streckgrenze oder die 0,2% Dehngrenze nicht überschritten werden. Bei der elastischen Verformung geht das Bauteil wieder in seinen Ausgangszustand zurück, sobald man es entlastet. Es handelt sich also um einen reversiblen Vorgang. Diese elastische Verformung hat ihren Ursprung auf atomarer Ebene, die im Folgenden genauer betrachtet werden soll. Metalle bestehen aus Atomen, die in einem Kristallgitter regelmäßig angeordnet sind. In der Ausgangslage haben diese Atome einen energetisch günstigen Zustand. Das heißt, das Kristallgitter besitzt ein Minimum an innerer Energie. Wenn zum Beispiel ein Biegeträger belastet wird, verlassen die Atome ihre Ausgangslage. Dabei werden die Gleichgewichtsabstände der Atome im Gitter verändert. Hierzu muss eine Spannung überwunden, also eine Energie aufgebracht werden. Der Gleichgewichtsabstand wird auch als Gitterkonstante bezeichnet. Bei der elastischen Verformung ist der Kraftaufwand so gering, dass sich die Atome nur leicht verschieben. Dadurch bewegen sie sich nur selten über einen Gitterabstand hinaus und kehren bei Entlastung in ihren Ursprungszustand zurück. Die Bindungskräfte der Atome wirken somit wie eine Rückstellkraft. Man kann sich die Rückstellkraft wie eine Feder zwischen zwei Kugeln vorstellen, die auseinandergezogen werden. Bleibt die Verformung im elastischen Bereich, so geht die Feder zurück in ihre Ausgangslage und mit ihr die Atome. Die elastische Verformung beschreibt also die reversible Änderung der Gitterkonstanten in einer metallischen Struktur. Sie ist abhängig von der Bindungsenergie der Atome. Je größer die Bindungsenergie ist, desto steifer, also weniger gut elastisch verformbar, ist ein Metall. Lässt sich ein Metall in unserem Beispiel der Biegeträger dauerhaft verformen, so nennt man dies plastische Verformung. Bei Entlastung geht die Verformung nicht zurück. Das heißt, die Verformung ist irreversibel und es bleibt eine dauerhafte Durchbiegung. Auch die plastische Verformung soll nun auf der Atomebene betrachtet werden. Anhand des Kristallgitters lässt sich die veränderte Anordnung der Atome darstellen. Bei der plastischen Verformung gleiten die Atomebenen aufeinander ab. Verantwortlich für diesen Vorgang sind Störstellen im Kristall, die sogenannten Versetzungen. Die Versetzungen sind die Träger bei der plastischen Verformung. Als Versetzungen bezeichnet man eindimensionale oder linienförmige Gitterfehler, die als zusätzlich eingeschobene Halbebenen im Kristallgitter betrachtet werden können. Je nach Richtung der Verschiebung einer Versetzung werden Stufen- oder Schraubenversetzungen unterschieden. Steht die Versetzungsebene senkrecht auf der Verschiebungsrichtung, handelt es sich um eine Stufenversetzung. Liegt sie parallel dazu, existiert eine Schraubenversetzung. Gleitebenen bezeichnen die Ebenen, an denen die Atomblöcke während der plastischen Verformung abgleiten. An den Gleitebenen können sich die Versetzungen bewegen. Dies geschieht durch schrittweise lokale Lösungen von Bindungen vor der Versetzungsebene, die dahinter wieder neu gebildet werden. Diese kontinuierliche Fortbewegung der Versetzungen im Kristall bewirkt eine bleibende Verschiebung der Atome senkrecht zur Gleitebene. Ein Bauteil ist demnach gut plastisch verformbar, wenn die Versetzungen im Kristallgitter möglichst lange Wege zurücklegen können. Die entsprechenden Bereiche der elastischen und plastischen Verformung können im Spannungsdehnungsdiagramm unterschieden werden. Dieses Diagramm ist das Ergebnis des Zugversuchs, wobei man grundlegend zwischen Spannungsdehnungsdiagramm mit und ohne ausgeprägte Streckgrenze unterscheidet. Die Streckgrenze RE gibt die Spannung an, bei der ein Übergang von der elastischen zur plastischen Verformung erfolgt. Eine ausgeprägte Streckgrenze tritt zum Beispiel bei niedrig- und unligierten Stählen auf. Weist ein Werkstoff wie zum Beispiel reines Aluminium keine ausgeprägte Streckgrenze auf, nutzt man in der Regel ersatzweise die 0,2% Dehngrenze RP0,2. Dabei handelt es sich um die mechanische Spannung, welche zu einer bleibenden Dehnung von 0,2% führt, nachdem die Probe entlastet wird. Im folgenden wird der Begriff Fließgrenze für die Streck- bzw. 0,2% Dehngrenze verwendet. Solange die auf ein Bauteil wirkende Spannung die Fließgrenze nicht überschreitet, findet eine elastische Verformung statt. Der Anstieg der sogenannten Hookschengeraden lässt sich aus dem Verhältnis von wirkender Spannung und auftretender Dehnung bestimmen. Die Steigung entspricht dem E-Modul und ist ein Maß für die Steifigkeit eines Werkstoffs. Je steiler die gerade ist, desto steifer ist auch der Werkstoff. Sobald die Spannung die Fließgrenze jedoch überschreitet, setzt ein Gleiten der Versetzung ein und damit beginnt sich das Bauteil plastisch zu verformen. Gleichzeitig wird mit der plastischen Verformung eine Vervielfachung der Versetzungszahl bewirkt. Wenn die Versetzungen sich gegenseitig stören, können sie nicht mehr ungehindert durch den Kristall gleiten. Das heißt, der Werkstoff verfestigt sich. Die plastische Verformung wird im Spannungsdehnungsdiagramm durch den nicht-linearen Anstieg der Kurve bis zu ihrem Maximum dargestellt. Zusammenfassend soll festgehalten werden. Die reversible elastische Verformung wird durch die temporäre Änderung der Gitterkonstanten hervorgerufen und ist abhängig von der Bindungsenergie der Atome. Die plastische Verformung geschieht durch eine schrittweise Bewegung und Vervielfachung von linienförmigen Gitterfehlern, den Versetzungen. Sie ist abhängig von der Anzahl und Lage der Versetzungen im Gitter.